Am ehemaligen Bergbaugelände in Wiednitz konnten interessierte Laien jetzt etwas über Gewässerproben lernen. Julia von Gönner vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung aus Leipzig zeigte im Rahmen des Projektes FLOW, den insgesamt drei Gruppen, wie Proben aus den Ruhländer Schwarzwasser entnommen, analysiert und ausgewertet werden. Team 1 bewertete den Zustand und Verlauf, Team 2 untersuchte den Nitrat- und Sauerstoffgehalt und Team 3 erforschte die Lebewesen des Flusses. Das Projekt wurde hier gemeinsam mit dem Bund, Bernsdorf und Umgebung umgesetzt.